An Ostern ist das Eierbemalen natürlich der Klassiker. In der Ron-Region geht an diesem Wochenende aber noch viel, viel mehr. Und Tipp 1 wird gefährlich. Waffen und ich. Keine gute Kombi. Denn hinter dem Visier bin ich ein totaler Neuling. Das kann sich aber an diesem Wochenende ändern. Und zwar beim Ostereier-Schießen der Lamprechter Schützen-Gesellschaft. Die Ostereier sind hier aber nur der Gewinn. Jetzt haben wir hier unser Osterei schon mitgenommen. Woher kriegen denn die anderen Leute hier die Ostereier beim Ostereier-Schießen? Von der Ausgabe, wo auch die Scheiben herkommen. Für einen Schuss ins Schwarze gibt es ein Ei. Für einen Schuss auf den Zehner gibt es zwei Eier. Und in den vergangenen Jahren waren es etwa 9.000 Eier. Für große und kleine Schützen-Fans. Freitag, Samstag und Sonntag am Schützenhaus Behrental in Lamprecht bei Neustadt. Nach dem Schießsport wird es jetzt anstrengend für die Lachmuskeln. Das sind zwei der vier Jungs von Bordbistro, der Impro-Theatergruppe aus der RON-Region. Warum soll ich mir genau euch angucken am Freitag? Ich glaube, das Besondere bei Bordbistro als Impro-Show ist, dass wir persönlich auch sind. Also wir haben extra auch noch einen Zusatzgast eingeladen, der persönliche Geschichten aus seinem Leben erzählen wird. Und wir improvisieren dann zu diesen Geschichten. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon darauf, weil wir auch noch nicht wissen, was passiert. Falls Sie jetzt neugierig geworden sind. Karfreitag, 20 Uhr im Gleis 4 Kulturzentrum in Frankenthal. Hinter unserem dritten Osterei verbirgt sich die pure Idylle und zwar hier im Weinheimer Schlosspark. Hier wird am Osterwochenende nochmal was ganz Besonderes geboten. Und was? Das erklärt uns jetzt Roland Kern. Ja, Herr Kern, am Wochenende fahren Sie hier ordentlich auf, oder? Ja, am Ostersonntag und am Ostermontag. Wir befinden uns ja hier in Weinheim auf der Schlossparkwiese, also die große Wiese inmitten unter des Schlossparks, der das ganze Jahr ohne Eintritt frei zugänglich ist. Und daraus machen wir eine Osterwiese. Da gibt es eine Bewirtung von der Jugendfeuerwehr mit Kaffee und Kuchen. Und da gibt es einen Streichelzoo hier auf der Wiese mitten in der Stadt. Und der richtige Osterhase sind dann Sie? Damit kann ich nicht dienen. Also man würde mich auch nicht verwechseln können, glaube ich. Aber wir haben echte Osterhasen bestellt mit echten Ohren, mit echtem Fell und mit echter Mümmelnase. Und hier ist der süße Vorgeschmack aus dem vergangenen Jahr. Ostersonntag und Montag sind zwischen 11 und 17 Uhr im Weinheimer Schlosspark die Hasen los. Unsere RON-Veranstaltungs-Ostereier noch einmal im Überblick. Freitag bis Sonntag Ostereier schießen in Lamprecht für eierhungrige Schießsportler und die, die es noch werden wollen. Freitagabend, Impro-Theater von der Gruppe Bordbistro im Frankenthaler Kulturzentrum Gleis 4. Und wer die Lachmuskeln entspannen will, kann Sonntag und Montag im Weinheimer Schlosspark mit kuscheligen Osterhasen schmusen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020